Du schon wieder, Alter. Was ist los? Ihr klickt mir die ganze Zeit am Arsch, Mann. Halt, kommt mit. Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Heute zocken wir ein bisschen, okay? Jetzt seht ihr mal einen Jugo beim Zocken. Was spielen wir heute? Was ist mein Schatz? Dragons. Das ist der Drache. Du musst den Drachen dreimal kriegen. Also es ist wie bei Book of Ra, dann hast du Freispiel. Mal schauen. Vielleicht haben wir heute Glück. Guck mal da hier. Das ist ausgesiluert. Mit dem langen Haar. Und guck mal nach links. Der blonde G, Alter. Schwule. Der Automat gibt es heute gar nicht, Alter. Wie manche Frauen. Manche Frauen die geben gar nicht. Hey, Brate. Auf jeden Fall, wenn du aber in den Freispielen bist, dann ist es nicht wie bei Book of Ra. Du kannst dir hier dein Symbol wählen. Weißt du? Normalerweise ist es wirklich immer Book of Ra, aber bei dem Spiel, der dreht dann nicht, sondern du kannst dir direkt aussuchen. Ob du hier den Kopf willst. Oder hier, das wär die Mumie. Das wär hier der eine Hohn, der nie was gibt. Hier ist der Käfer. Hier halt A und hier halt J. Wie bei Book of Ra. Boll Chance. Wenn du Glück hast, hast du Glück. Wenn nicht, dann hast du Pech. Wenn nicht stehen hier fünfmal Kriege, ne? Das sind 160 Euro. Dann fahr ich direkt nach Duisburg. Hol ich meine Jungs ab. Gebe ich noch um den Puff aus. Fick mal so ein paar geile Nucken da. Und dann haben wir einen schönen Abend. Guck mal, zwei Drachen. Noch einer. Dann hätte ich Freispiel bekommen. Und dann kommt erst die Cola. Aber so machst du nicht viel Geld. Da, guck mal. 3,60 Euro. Komm, das peitschen wir mal. Pech gehabt. Sido hätte direkt reingenommen. Hätte sich einen schönen Abend damit gemacht. Und hätte seinen Bobby angerufen. Warte, jetzt enden wir mal auf 50-fach. Vielleicht haben wir da mehr Glück. So, 50 Cent. Lass mal peitschen. 4 Euro. 8 Euro. Rot oder Schwarz? Rot. Rot. 52 Euro. 4 Euro. Brate. Auf jeden Fall. Hast du gesehen, Alter? Das sind 50 Euro. Die haben wir einfach mal runtergefeitscht. Das ist kein Problem für uns. Wir sind Bänger. Wir sind Bänger. Und irgendwelche Lappen von Maskolin. Die hätten das direkt reingenommen. Und dann hätte sich fünf Tüten davon gekauft und eine Woche geraucht. Weißt du, was ich meine? Was sagt eine Frau, wenn die mit Nikon fickt? Was denn? Mach die Kamera aus. Wir haben heute kein Glück. Vielleicht, weil ich gerade noch bei einer Ohren war. Ich hab noch nicht geduscht. Weißt du? Ich hab mich einmal durchgeballert. Ich bin Junip. Deswegen. Komm jetzt aber, Alter. Ich peitsche lieber die Frauen. Hier kann ich das auch gut peitschen. Die Drachen. Wir haben heute nichts gegeben. Wir nehmen miteinander Rischchen, Freunde. Oh, die Fische. Mal gucken, ob die Fische heute gehen. Wir gehen angeln. Okay. Lassen wir erstmal hier auch bei 40 anfangen. Warte, wie läuft denn das hier? Das hab ich noch nie gespielt. Ah, das ist anders hier. Hier hast du mal zehn freie Spiele, mal 15 und mal 20. Jetzt nicht immer wie bei den anderen. Zehn freie Spiele. Mal gucken. Auf jeden Fall, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Am fünften Szenen kommt unser Album. Mobbing Musik. Und dann werden solche Fische hier, wie die hier. Seht ihr hier. Solche Fische, solche Enten. Die werden dann gemobbt. Dissen ist out. Mobben ist in. Okay. Heute haben wir kein Glück, Freunde. Aber wir gehen weiter. Full Shunts. Aber reicht mit den Fischen. Lass mal was anderes nehmen. Wo ist ein Triple Shunts? Chance. Normalerweise spiel ich immer Boko Flair. Diese Dinger spiel ich gar nicht so. Weißt du? Aber... Vielleicht haben wir euer Glück. Von Triple Shunts. Da hast du Zitronen. Da hast du Orangen. Da hast du Kirschen. Und da hast du Flomen. Wie Dschihad oder Nikon. Aber leider haben wir keine Möhren dabei. Wenn Möhren dabei wären, dann wäre das auf jeden Fall ein Spiel für Flair. Oder? Komm. Weißt du was, Alter? Kein Bock mehr. Wir machen 1,50 Euro wach. Alles oder nichts? Aha. Rot oder schwarz? Sag, rot oder schwarz? Bruder, wenn du einmal richtig schlägst, sind das 140 Euro, dann geht's. Rot oder schwarz? Schwarz, schwarz. Rot, rot, schwarz, schwarz, rot, rot. Bruder, Essen geht auf dich später. Okay. Okay. Hat nicht geklappt, Leute. Aber ist kein Thema, Morik. Wir haben Kohle. Das ist kein Thema für uns. Jetzt haben wir nur 7 Euro drauf. Machen wir Autostart. Der soll runterspielen. Wenn der was gibt, gibt der. Aha. 150 Euro. Jetzt haben wir 150 Euro. Hast du Bock auf Puff? Oder wir gehen erstmal eine Runde Puff. Und ihr seid leicht dabei, wenn wir auf der Vulkanstraße in Duisburg sind. Oder auch nicht, dann ist die Kamera aus. Dann haben wir schon Spaß. Genießt das. Das hier zum Beispiel. Der Sido, der Jihad, der Flair, was weiß ich, diese ganzen Lappen, Alter. Die würden jetzt in die Luft springen. Weißt du, was ich meine? Die werden direkt nach Hause gerammt. Schönen Abend gemacht mit ihrer Freundin. Mit ihren Schlampen und was weiß ich nicht, Alter. Okay, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So Freunde, ich war gerade zocken. Ich habe 150 Euro rausgeholt. Ich habe gesagt, wir fahren nach Duisburg. Aber da wir gerade in Düsseldorf sind und ich die Kaya heute habe. Und mein Handy gerade nicht bei mir ist. Gehen wir jetzt zum Bahndamm. Der ist hier direkt um die Ecke. Ihr wisst Bescheid. Am 5.10. Mobbingmusik. Majo und Jasko. Über banger Musik. Das Label Nummer 1. 17 Tracks. 17 Knaller. Wir haben hart gearbeitet. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Da steckt viel Fleiß drin. Viel Zeit. Geile Feature. Fahrräd ist drauf. Massiv ist drauf. El Nino ist drauf. Und Judy ist drauf. Wie ist Jungs? Geile Beats. Judy hat so krass produziert. Er hat das ganze Album produziert. Da ist ein cooler roter Faden über das ganze Album hinaus. Der Sound ist einfach frisch. Genau für 2012 mal was ganz Neues. Was verrücktes. Was cooles. Ist für jeden was dabei. Auch für die ganzen Pistol Rapper da draußen ist auch was dabei. So ein paar nette Mobbing Zeilen. Da werden einige Ärsche gefickt. Okay. Schau mal hier. Bahndam. Das Herzchen. Die Damen. Wir sehen uns später. Okay. Wir sehen uns später.